Musik Die Praxis Professor Dohm, das ist eine Praxis, die sich spezialisiert hat auf Oralchirurgie, aber schon sehr früh mit der Implantologie angefangen hat. Sie sind immer sehr bemüht auf dem aktuellen Stand der Wissenschaft zu sein und immer die modernsten Behandlungsmöglichkeiten zu bieten. Ich finde, es ist ein sehr angenehmes, sehr kollegiales und freundliches Arbeitsklima. Fantastisch, weil es einfach Spaß macht, mit vielen lieben Menschen zusammenzuarbeiten. Menschen möchten gerne einfühlsam behandelt werden, schonend behandelt werden, gerade beim Zahnarzt oder beim Chirurgen und auf medizinisch hohem Niveau. Diese positive Atmosphäre, Bindeüberzeugung, wird auf die Patienten übertragen und bin auch der Meinung, dass das für den Erfolg der Praxis maßgeblich weit getragen hat. Das Team macht aus, dass wir halt schon ein sehr gemischtes Team sind, also verschiedene Kulturen. Das Besondere hier in der Praxis ist mit Sicherheit das Team und die gute Stimmung im Team. Wir arbeiten so ein bisschen nach dem Motto auch, wir haben jeder unser Spezialgebiet, ein Fachgebiet, in dem wir uns sicherlich gut fortgebildet haben und auch weiter fortbilden. Wir haben für fast jeden Teilbereich der Praxis jemanden, der sich darauf spezialisiert hat. Ja, Sie müssen die richtigen Leute finden, die ins Team passen. Bei den Ärzten ist das so, dass keiner eingestellt wird, wo nicht das komplette Ärzteteam mit einverstanden ist. Wir haben Leute, die behandeln hier vom ersten Tag an, also seit 30 Jahren und wir haben sehr viele junge Leute und wir haben viele junge Leute, die schon sehr gut waren, als sie hierher kamen und die haben wir weiterentwickelt. Im Assistenzbereich sind wir sehr jung und das bringt viel Harmonie, die verstehen sich gut, die machen privat viel zusammen. Und wir überlegen uns, was können wir für unsere Patienten tun, wie können wir das machen, sodass sie zufrieden sind, dass sie sich wohlfühlen, sofern man sich beim Chirurgen wohlfühlen kann, aber das scheint zu gelingen und das ist es. Professor Dom hat neben seinen fachlichen Fähigkeiten, an denen er uns allen auch teilhaben lässt, wir haben alle bei ihm viel gelernt, auch die Möglichkeit uns menschlich so voranzubringen, dass das Team eben lebt und immer besser wird mit jedem Tag. Das beste Kriterium ist, wie würdest du es gerne selber haben? Wie würdest du gerne, wenn du nicht auf dem Behandlerstuhl, sondern auf dem Patientenstuhl sitzen würdest, wie würdest du es haben, dass die dich behandeln?